Boah, Alter, meine Augen voll ist ihm getroffen. Ja. Junge, ich hab grad voll mein Kopf auf die Tischkante geschlagen, Alter. FRANZ! Alter, Fischermann. FRANZ! Ey, dieses verfickte neue 3D-World-Video will einfach nicht rendern. Ich hab das jetzt, indem ich Enter gedrückt habe, quasi einmal im Programm durchlaufen lassen, dass ich das auf höchster Qualität abspielen kann. Und jetzt nehm ich das gerade nebenher mit OBS auf, damit ich das irgendwie als ne Videodatei habe, die ich euch am Ende hochladen kann. Weil Premiere dieses Scheiß-Projekt nicht rendern, will aber andere Videos gehen. Also, wird wahrscheinlich ein bisschen Qualitätsverlust haben, aber ist mir ehrlich gesagt egal, solange das dann online ist. Was ist das denn, Mann? FRANZ! Auf dem WiiCube64. Ja, und heute mit der Challenge. Heute mit der Challenge. Ja, also... Korbom-Meteormaske. Mit Brille. Damit unsere Brillen wir schlagen und wir alles nähen können. Das Ding ist, jetzt wisst ihr nicht mehr, wer wer ist. Also, die Namen von uns stehen noch ganz bestimmt nicht unter dem jeweiligen Facecam-Rahmen. Ja, ich hab definitiv keine roten Haare, wo man es erkennen kann. Und kein Zensierbalken als Augenbrauch. Nee, die sieht man ja nicht über die Mord. Ah ja, okay. Nein, aber das Ding ist einfach, die Seuche ist ausgebrochen. So, Albus mal am Scheidenpilz verbreitet sich rasant, weil jeder halt einfach mit ihr schläft. Das ist schlimm. Und ich hab Peach. Oh, Shit! Und das Ding, also jetzt mal ohne Scheiß, durch diese Scheiß-Sonnenbrille wird halt... Hast du auch eine Sonnenbrille an? Digga, ich hab die gleiche wie du an, sag ich ja. Ich dachte, du hast die, ich dachte, du hast die, deine normale Brille an. Nein, ich hab die Sonnenbrille. Und deswegen, alles ist dunkler und verschwommen. Alles ist dicht in den Nebel gehüllt. Deswegen, ich seh halt faktisch gerade nichts auf. Ich hab, ich hab auch... Oh Mann! Aber das ist immer das Wichtigste. Egal, ob ich eines Tages blind bin, ich verteidige trotzdem die Krone gegen dich Ehrenlosen. Das ist meine Lebens-Essenz. War da oben nicht irgendwas? Nee, da rechts oben war irgendwas, oder? Nee. Hä? Okay. Oh, fuck. Nein! Egal, was geht, Krone bleibt gleich wie Apache. Ah! Und ich lebe! Nein, mein Mundschul ist verrückt. Warte, ganz kurz, was ist hier oben? Hier oben ist das gebrochen. Wir brauchen ganz kurz. Wow! Leute, warte, komm, komm mal mit hoch. Wieso kann ich nicht fliegen? Ah, jetzt. Okay, nice one. Junge, Alter. Du wirst getroffen. Diese, diese, diese Chalange. Und hier wieder die beste Fahne aller Zeiten. Ah, die ist mein Pink. Wie cool ist das denn halt? Es ist so geil. Ja, es ist sehr männlich vor allem. Fast so männlich wie Superprinzess Peach. Ich finde es sehr schade, dass das Projekt auch schon um ist. Ja, wirklich. Generell auch 3D World war sehr schön, aber... Ich finde es sehr schade, dass 3D World zu Ende ist. Ja. Es war so ein schönes Display. Ja, es war sehr viel Spaß, Mann. Es war sehr, sehr witzig, aber alles muss irgendwann mal enden. Oder wie in meinem Fall halt einmal alle zwei Monate. Ne, es war doch einmal alle zwei Wochen. Ich habe ja gerade diesen Fisherman Snants in den Mund genommen. Nein! Und Alter... Ne, warte. Das ist es dir jetzt wert, wa? Ich brauche keine Katze. Ich bin eh gut genug. So, was sagen wir heute mal. Ich habe diesen Fisherman Friends in den Mund genommen. Homo Shit. Und Alter, meine Augen tränen jede Sekunde einfach, weil... Quasi von so einer... Ne! Von so einer Mentholschicht einfach getötet werden. Gestorben. Stolschicht. Und ich träne schon wieder. Ich träne schon wieder. Ja, ja. Nein! Was hier unten war? Was hier unten war? Was da unten war nix? Das ist hier die Sache. Hä? Das sind nur YouTube-Einnahmen vom Januar. Ziemlich belastend, Alter. Das ist natürlich auch ein bisschen Belastung. Danke für nix. Hä? Ist hier unten etwas? Hä? Da sind ja YouTube-Einnahmen während Corona. Okay, warte, warte, warte. Wir müssen beide gleich... Jetzt richtig cool! Okay, doch nicht. Okay, warte. Warte, warte. Jetzt. Ja, komm, unfair. Boah, Alter, meine Augen. Macht doch keine Augen. Mach wir ja nicht. Ich habe mir dieses Zeug hier in das Maul geschoben. Damit ihr es wisst. Das ist homo shit. Nee, nicht, wenn du weißt, was ich in die Kamera gehalten habe. Ja. Alter, 40.000 Punkte, 3.700. Geh weg. Geh weg, du dummade. Warte, warte, warte. 40.300? Das klingt ja fast so wie die Like-Anzahl auf diesem Video. Multipliziert mit 3. 1000. XD. Ja, nee, also das gerade waren nur die Abos. Also, wie gesagt, multipliziert mit 3000 hoch 7. 0,142857. 1, 8, 7. 1, 8, 7. 187. Das ist eine bedeutungsschwere Zahl. Sieß. Und du weißt, ich weiß, dass du daraus 187 machen wirst und ich liebe es. Wow, tschicka, tschicka. Wir haben jetzt einfach die Rollen getauscht. Fuck, Alter. Es ist so fucking dunkel, dieses Level. Ich sehe nichts. Ich auch nicht. Junge. Nein. Nein. Hol du die Sachen. Jawohl. Jawohl. Aber das Ding ist, jetzt habe ich die Sachen geholt, aber jetzt ist natürlich die Frage, was machen Sachen? Wir zumindest machen die beste Flagge der Welt und dafür 10.000 Likes mehr von jedem von euch. Es ist so cool. Es ist so cool einfach. War halt jetzt irgendwie voll unspektakulär. Haben wir alles? Nee, der letzte Brunstein fehlt noch. Äh, deh, 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 deh. Lelele. Niemand ist so wie wir. KS Mafios, wir sind hier, keiner ist so wie wir. Egal, jetzt schaffen wir das. Die Frage ist, können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. Und die Frage ist, können die Zuschauer es schaffen, den Like-Button zu finden und blau zu verprügeln, XD? Smash das Like-Button! Ich hab schon wieder einen Stern bekommen. Der Stern ist halt überhaupt so das Ungünstigste, was du hier haben kannst. Ist ungünstig wie Epigreter. Konzentration? Nicht, dass so eine Kacke wie gerade noch passiert. Ah! Ich wollte die nur töten, damit wir hier das Spiel einfach aufmachen können. Ja, das ist smart, wie das Auto. Ich hol da hinten die Coins und du hier. Äh, hol ihn dir. Jawohl! Loll, was ist da? Nein! Nein! So richtig unsatisfying mit Dweck anzusehen. War so low. Ja, komm mal. Ach, sieben! So, Jungs, ein weiterer Fischer mit Friends. Fischer-Mans nennt's. Die Frage ist, warum ist dieser Snance Fischer? Weil, weißt du was, er fischt? Er fischt die ganzen Leute, die den Like-Button drücken. Ah! Ist ja interessant. Erzähl mir mehr davon. Die Frage ist, warte, warte, warte. Versendet er denn Fishing-Mails? Ich hasse mein Leben. So, ähm, das ist wie beim Weihnachtsmann. Jeder, der artig war, wird von Fischer-Mans nennt's einfach rausgefischt. Äh, aus so'n Pool. Und diejenigen, die nicht auf den Like-Button gedrückt haben, werden dann eben einfach im Wasser gelassen und ertrinken geben. Ziemlich brutal. Okay, aber kurze Frage. Wird er rausgefischt oder rausgefischt? Fisch? Ja. Nein! Okay, warte. Live Copyright Claim. Rate mal, weshalb ich mit meinem meistgeklickten Video auf YouTube mit knapp einer halben Nähe und Aufrufe keinen einzigen Cent verdienen darf. Geil, oder? Es ist zu wild. Genau, aber jetzt der Tanz in der Wolkendisco. Meinst du, da läuft Deutschrap? Aber das wäre ja ziemlich ungünstig, wenn Deutschrap in diesem Level laufen würde, weil die treffen ja alle nicht intakt. Warte doch mal! Nein, nein. Ich warte, warte nicht jetzt. Toll, einer ist gestorben. Ja, gestorben! Aber egal, selbst wenn es hier nochmal mehr von diesem Partner fällt, dann gibt's und du das ja alles dann bekommen. Alles in bitte. Ja. Aua! Junge, ich hab grad voll mein Kopf auf die Tischkante geschlagen, Alter! Ja, ist doch verdient. Aber so, weißt du noch, weißt du, wenn du das mit Absicht machst, dann kannst du das ja immer noch kontrollieren, aber das hier war gerade wirklich... Aua! Junge! Stimmt, bei dem Level brauchen wir wieder den Wii Cube G60 Controller. Oh! Aber das ist ja ein Problem, weil dieser Scheiß-Controller hat kein Mikrofon! Doch, doch, er hat ein Mikrofon, das weißt du doch auch. Ach stimmt, natürlich, Alter. Man kann Informationen attackieren. Man muss doch auf die offiziellen Fachbegriffe achten. Aaaaah! Auf dem nicht nur 65 Controller, mein ich natürlich. Ja, der Nintendo 65 Controller, der hat natürlich ein Mikrofon. Ein Mikrofon, ja. Weil der ist einfach wesentlich besser als jeder andere konnte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah ne, wir brauchen ja gar kein Mikrofon, ich dachte viel. Ah ne, das war in der Spezialwelt später. Ne, stimmt, das war in der Spezialwelt. Das war in der Spezialwelt. Dieser Scheiß-Controller hat kein Mikrofon. Wieder die beste Flagge aller Zeiten. Oliven. Bitte? Jetzt brauchen wir, glaub ich, zwei... Oh, warte ganz kurz. Wir brauchen nur zwei Charaktere, glaub ich, oder? Ich war... Ich mein, das waren zwei Partners, Alter. Wir sind einfach noch zu zweit, das passt doch einfach, ey. Ja, deswegen. Dieses Level ist nicht auf den Multiplayer ausgelegt. Wir sind einfach Hacker, man. So sehen wir nämlich auch aus. Junge, Alter. Ich heule die ganze Zeit lang. Einfach nur, weil ich nicht richtig sehen kann. Nein! Ah! Ich hab wieder runtergefallen. Komm schon, komm schon. Nein! Okay, aber wir brauchen nur zwei Leute, wir brauchen nur zwei Leute. Das ist, das ist gut. Oh, weißt du, was nicht gut ist? Ah, nein! Okay, komm, diskrimieren, diskrimieren. Komm schon! Komm, komm, komm! Jawohl, Alter! Das ist einfach die Beste. Das ist der beste Skin ever! Jawohl. Wundervoll. Perfekt. Viel zu einfach. War komplett Hops genommen. Wie ich Alvis Marm in Reitersteller. Ah! Oh mein Gott, war das knapp! Holy fucking Shire! Ja, je! Nice, Uri. Zu wild. Zu wild. Wie ein Reh welches... Terry, das schnabelt hier. Ich hab das aber vorhin schon gemacht. Das ist jetzt das zweite Mal, dass ich rrrr mache. Ja, ja. LOL! Was? Was? Als ob wir halt einfach beide Erste sind. Guck mal, das ist der perfekte Abschluss für den Part. Ey, wirklich, Alter. Aber ich würde sagen, das ist halt einfach wie mit diesem YouTube-Game. Wir sind halt die Teil nur zu zweit, die Nummer eins und niemand kommt an uns ran. Richtig. Leute, wir müssen sich nur ganz fest an unseren Risiken die klammern. So wie ihr euch jetzt an den Like-Button klammern solltet. Mhm. Machen wir das gleiche mit dem Like-Button, wie wir mit Albus Marm, ne? Verprügelt die mal blau. Also, komm. Also, haut einfach mal drauf. Einfach draufhauen und dann wird das... Haut rein ins Albus Marm-Gesicht! Und dann mal schön auf die Glocke drücken, Leute! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!